Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rekt hier auf Pete's Meet TV mit allen aus dem Team Pete's Meet. Wooo! Wie ein Vorschlag, ich war ganz überrascht, das war ein Vorschlag mit 14 Daumen hoch oder so bei uns auf Community. Hä, das gibt's? Die sind doch sonst immer alle runtergevotet. Sehr hochgevotet, fast so hoch wie Seven vs. Wild, aber Seven vs. Wild machen wir nicht, weil das macht sowieso, da gibt's 1000 Rekts und das machen wir nicht. Das ist auch ewig lang. Aber wir gucken uns dafür jetzt an 35 weirdest things ever caught on security cameras and CCTV. Ob da die Brücke vor, nee, die Brücke. Die Brücke, hatte mir irgendwann mal jemand geschrieben, falls ihr euch erinnert, die Brücke, wo die ganzen LKWs immer gegengebrollert sind, die ist angepasst worden. Das ist belastend. Das ist belastend. Das ist schon tiefer gemacht. Nee. Nee, höher. Enttäuschend. Okay, gucken wir mal, was für weirde Sachen angefunden wird. Zeig doch nicht immer die besten Sachen schon vor mir. Ja, echt. Das ist alles Berlin, oder? Alter, what? Oh mein Gott, der... What? Alter, what? Einfach wie so ein Kettenkarus. Ich würde halt versuchen, die Katze wegzutreten halt dann tatsächlich. Das ist ja nicht normal. Wir fallen wieder, der Hund, wenn der Angst hat, der rennt doch jetzt auf die Straße. Ja, echt? Alter, dass die Frau dann wegrennt, finde ich halt krass. Also ich hätte da... Die hat einen Kuss eigentlich von dieser Katze. Da hätte ich tatsächlich... Also da muss ich halt sagen, ich mein Tier verteidigt, glaube ich. Gegen eine Katze. Ja, gegen eine fucking Katze. Einmal tut mir halt leid. Gegen Katze weg. Ja, aber das ist halt auch nicht geil, aber... Wie ist es nicht geil, wenn ich angegriffen werde, dann hier wohl verteidigen? Du könntest auch versuchen, den Hund auf den Arm zu nehmen und eventuell lässt die Katze ja dann auch von dir abwenden. Ja, das stimmt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das ist natürlich eine gute Sache, aber ich glaube, im Affekt würde ich tatsächlich eher auch versuchen, irgendwas mit Füßen zu machen. Die Katze einfach wegkicken. Also ganz ehrlich, als wenn ich da irgendwie fünf Minuten auf so einen Plan mache, weil ich als nächstes tue, wäre die auf mich zugrengt. Theoretisch nicht cool ist, aber Christians Vorschlag halte ich für am besten. Ist besser. Ist besser. Definitiv, als die Katze wegkicken. Ja, das stimmt. War schon krass. Kommt ja vielleicht trotzdem aus, sonst schließt es ja nicht aus. Ja. Wieso zündet er das denn an? Gute Frage. Und jetzt? Hast du halt einfach gewartet. Was interessiert ihn doch gar nicht. Oh nein. Oh, der LKW auch zurecht ausgewählt. Oh mein Gott. Holy shit. Ich glaube, das Ding macht dir total schaden, wenn dir glaube ich so eine Kabeltromme in der Retterein rollt, wenn das Ding auf dich zu werden. Genau, du musst nur aufpassen, dass die nicht genau über das Auto drüber rollt und dich plappt jetzt. Situation would just go straight to a Bodyshop, but not a Russian genius. Ja, okay, der ist halt wieder durch. Der ist nicht durch, der ist praktisch veranlagt. Ja, klar. What the fuck? Bliart. Hat der nicht dein anderer Auto aufgenommen? Das sind Wildhunde, oder? Sieht so aus. Ordentlich unangfährlich, ey. Oh mein Gott. Oh Gott, weich dem Ding mal aus, Alter. Aua. Ja, aber dann macht ihr auch dein Auto kaputt, ne? Ja, voll. Dann läuft ja auch jetzt erst mal drei Minuten. Aber stark gefuckt, ja. Aber echt mal. Voll gut. Schön weiter telefonieren. Nix passiert. A woman ties her dog to a flag so that he won't run away, but she has no idea. He has a side hustle as a promoter for Coca-Cola. Remember this legendary scene from Fast and Furious? Well, this woman decided to recreate it in a supermarket. What the fuck? What the fuck? Hahahaha. Tick's suddenly attacks this hen. He didn't know that his prey had some serious backup. Ja, Racken! Ja, Alter! Jawoll! Die Ziege! Als wenn die Ziege noch dabei kommt! Ich verteidigste Türchen. Wie krass ist das, Alter? Tiere sind der Shit! Krass! Aber wirklich, holy shit. Als wenn er jetzt dahin pisst. Als ob der pinkelt. Damit hab ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ach so. Und jetzt findest du, warum hast du drei Stunden für eure Pizza gewartet. Hä? Das ist der größte originelle Weg, um Gas zu schützen, die ich je gesehen habe. Verdammt, Dominos, wie geil! Röseverflicht ist ja schroo. Ja, ne, ist einfach überschneich. Wenn du glaubst, dass Elbs mit Weihnachtsgiften gibt, dann bereit, dich zu erinnern. Klaut der? Ja, natürlich klaut der. Nice. Hat ja keiner gesehen. Ja. Was ist der? What? 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 Wie krank! Der klaut halt... Ey, warum... Das ist doch nur für den Jungs... Nein, das waren doch keine Süßigkeiten. Das waren doch so PSN-Cards, oder? Nee. Ich hätt' getippt, das sind so PSN-Cards gewesen. Aber die müssen doch reingeschaltet werden. Ah, das kann ich nicht erkennen. Das sieht doch oben... Oben sieht aus wie... Also ganz oben sieht aus wie so ein paar Cards. Ganz, ganz oben, wo der nicht drankommt. Das sieht aus wie Süßigkeiten. Das sieht aus wie Süßigkeiten, ja. Nee. Also generell würde ich aber trotzdem, weißt du, so viel in nem Laden klauen, damit du dann irgendwie ne Beute von 5$ hast. Oder 10, oder... Komm, da waren wir dann wirklich so 50€ Guthaben. Aber wie gesagt, die müssen ja freigeschaltet werden erst in ner Kasse. In ner Kasse, ja. Alles dumm. Egal, wer das ist. Ja, also die sind dann wahrscheinlich Schokoriegel. Wie klein ist die Person in diesem Koffer auch? So, what the fuck? Ja, reicht doch ein Kind. Julius, rein, let's go. Sepp, weißt du jetzt, was du in Zukunft machen kannst. This is what Russians do at the airport when they find out that duty-free stores have a sale. What the fuck? What the fuck? Ah lol. Hä? Das hat ihr irgendwie nicht ganz verstanden, oder? Ich weiß es nicht. Oder das... Stell dir mal vor, du bist an der Kontrolle und du bist nicht einer komplett nackt. Aber gut. Soll dich keiner über nackt scannen? Hättest du gar noch seine Arschbocken auseinandergehalten, dass er nicht so ist. Wer weiß, wo der vorher mal war. Ich würde den nicht gerne angefasst. Ich hoffe, er musste nochmal zurück. Oh, der gibt immer Gas. Nice. Ähm. Aber da wartet der zweite jetzt auch. Leg den doch einfach auf die Seite. Nein. Dann wird der, verkratzt der ja. This girl is waiting for a sign from the universe, but didn't expect it to be lost. Was? Ehh. 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 This is what the Indian remake of Gone in 60 Seconds looks like. Was? Nein. Ich glaub schon. Ach, hab ich wieder die Kuh. Wie krieg ich denn der Kuh? Jetzt hab ich die Kuh da drin. What? Alter, what the fuck? Ah, schnell weg. Mit der Kuh reinwagen. Die Ressi auseinander. Nein. Beide einfach Trottel. Beides Idioten. Was? Was? Wie soll das denn gehen? Was? Ich glaub mal hier ist ne Kettensäbe. What the fuck? Und dann steck ich mir dann ins Bein und der Motor. Okay. Muss der nicht an sein. Du musst ja auch dran ziehen. Da ist ja auch 100 Poker. Je nachdem wie die beschrieben werden. Benzin oder was. Also das ist ja übelst auffällig. Das ist ja auch ein neues Weg um die Läzigkeit zu schützen. Taktikale Mais. Loih. Als wenn ich dem in die Hose gemacht hätte. Loih. Ich dachte der Hund liegt jetzt. Loih. Loih. Ich dachte der Hund liegt jetzt. Was ist los? Ich dachte auch. Das hat er halt so gespoilert. What the fuck? Ich weiß halt auch nicht, ob das so smart ist, dass das einfach alles umfallen kann. Ich glaube das ändern die danach. Ja. Muss einmal passiert sein. Das ist wie mit Schildern. Das kann ja wirklich passieren, dass da halt irgendwie mal jemand dagegen stößt oder sowas. Ja. Natürlich. Aber da denkst du erst drüber nach, wenn das passiert ist. Und so ist das mit Schildern wie, diese Toilette ist nur zur Ausstellung oder so. Joosh. It could have been just an ordinary morning, but it was actually this girl's lucky day. Because she met a friend, a thief and love of her life in the same minute. Okay. Hä? Jetzt kriegt ihr die einfach zurück. If your speed dates aren't like these, don't even think about asking me now. Ach, das ist einfach gestellter Kram, oder? Ja oder Jits, oder? Ja oder Jits, oder? Oh Gott. Oh du Scheiße. Das sind alles Schafe? Alter. All the sheep were fine, das sah immer nicht so aus. Na, das glaub ich aber auch nicht, da liegt nämlich ein schon. Ich hab immer gedacht, dass nur Joey von Friends auf so viele Klauen legen können. Aber diese Frau hat mir falsch. Ach, die klaut. Jo. Hey, da sieht man ja alles drüber an. Vor allen Dingen sind das auch so hautenge Jeans hier. Ja. What the fuck? Wie? I'm sure you've imagined a bath with milk like this, but that's only because you've never seen a milk tanker. Ach du Kake. 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 All the Kendall Jenner fans dreams come true. Yeah, yeah. You were just pulling a string off her leather pants. We believe you. What the fuck? You never know who's gonna walk in on your cool dance. Uuuuh. Alter. Was? Stop! Oh, what the fuck? Hey, deine Anaconda läuft frei rum. Also. Und kann Türen öffnen? Ja, wirklich. Wieso hat man... Also in welchem... Entweder war es so Australien, weil es mal so eine Python reinkommt oder so. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ja schön geworden. Eine Tüte Pommes bitte. Ha 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 ha. Oh man. This guard has been waiting for the bad guys for so long that he has to bring them in himself. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Oh man. Ha ha ha. Wie geil. Alter. Ich bin echt froh, dass keine Sicherheitskameras war, als ich damals mit dem Zivi im Krankenhaus im Bunker gearbeitet hab. Ja. Und da hab ich alles... Da hab ich so... Da hab ich Akten genommen, hab dann halt Bilder auf den Boden gelegt oder so geschickt. Weißt du? Scheiße. Alter, mir wäre so langweilig. Da war wieder so ein typisches Ding von, okay, du darfst halt nicht früher gehen, du musst halt acht Stunden hier sein. Und dann sitzt da so. So. Und irgendwann, nach so drei Monaten, hab ich im Bunker, äh, war, also im anderen Bunker, stand so ein alter Ledersessel. Da hab ich mich morgens immer da reingelegt. Ha ha ha. Nice. Und die ist glaube ich fertig, ey. Hoppla. Ja. Fuck, ey. Ich bin da drauf. Was? Was? Ich hab noch mehr Zeit und dein Geist ist geschafft. Was? Ach du mal, nichts passiert. Diese Leute glaubten, dass sie ein bisschen einfaches Becken auf ihren Handen hatten, aber was sie nicht wussten, war, dass der Zeller mit Kühn. Einmal, einmal, einmal Kühn. Jaja. Schmeißt der denn gerade mit Süßigkeiten? Ja. Ja, hat funktioniert. Die hatten aber auch nur nen Brecheisen. Okay. Gibt's schon harte Süßigkeiten? Sie sagte, sie war verrückt über den Film Titanic. Ihr Freund hat es zu literal. Oh, sie ist reingefallen. Ja, aber sonst ist er noch weiter vor dem Wasser. Ach, kacke. Haben die eine Kühlbox mit? Das war schon ganz nice. Das ist alles für heute. Ja, war lustig. Danke für den Vorschlag. Allein anderer Leute ist schon belustigend. Und wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.